Zerlina bildet Akolyten aus, die mich anbeten werden. Die Aufgabe der Großwitwe ist sehr wichtig. Stört sie nicht. Jaina gegen Großwitwe Terlina! Meine Akolyten gehörten hier bedingungslos. Ihr habt es so gewollt. Das war's. Das war's. Das war's. Knie nieder! Run! Das Licht beschützt mich. Auf in die Schlacht, Mane! Ich kämpfe. Ich habe die besten Angebote im Einkunftsfeld. Folgt mir ins Grab. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Das war's. 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 Jaina gegen Groschwitwe Terlina. Meine Akkuliten gehörten mir bedingungslos. Ihr habt es so gewollt. Hallo. Nicht beschützend. Ich kämpfe. Knet niederbohr. Hat jemand den Arzt gerufen? Auf in die Schlacht, Mane! Folgt mir! Hör ins Grab! Nur ich und Herbeiseiten! Die Verdammten stehen bereit. Was war dann nicht starving? Ach, was war das? Das sitting Jaaah! Bringt our totem. Schnell und stark zuschlagen. Jaina gegen Grosch-Vitwe Terlina. Meine Akkulypen gehörten ihr bedingungslos. Ihr habt es so gewollt. Das war's. Bringt eure totem. Knet nieder. Die Verdammten stehen damit. 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 Das war's. Bringt eure Toten. Femme. Das war's. Tötet sie im Namen des Meisters. Er zittert vor der Wachtstürme. Schnell und stamm zuschauen. Mein Lopper wird sich rächen! Verlinas Tod ist unwichtig. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit verletzt. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit verletzt.